Prometheus Ein Sprössling des alten Göttergeschlechtes, das Zeus entthront hatte. Ein Sohn des erdgeborenen Uranus-Sohnes Lapithos, kluger Erfindung voll. Dieser wußte wohl, daß im Erdboden der Same des Himmels schlummere. Darum nahm er vom Throne, befeuchtete denselben mit dem Wasser des Flusses, knetete ihn und formte daraus ein Gebilde nach dem Ebenbilde der Götter, der Herrn der Welt. Diesen seinen Erdenkloß zu beleben, entlehnte er allenthalben von den Tierseelen gute und böse Eigenschaften und schloss sie in die Brust des Menschen ein. Unter den Himmlischen hatte er eine Freundin, Athene, die Göttin der Weisheit. Diese bewunderte die Schöpfung des Titanensohnes und blies dem halbbeseelten Bilde den Geist, den göttlichen Atem ein. So entstanden die ersten Menschen und füllten bald vervielfältig die Erde. Lange aber wußten diese nicht, wie sie sich ihrer edlen Glieder und des empfangenen Götterfunkens bedienen sollten. Sehend sahen sie umsonst, hörten, hörend nicht. Wie Traumgestalten liefen sie umher und wußten sich der Schöpfung nicht zu bedienen. Unbekannt war ihnen die Kunst, Steine auszugraben und zu behauen, aus Lehm Ziegel zu brennen, Balken aus dem gefällten Holze des Waldes zu zimmern und mit allem diesem sich Häuser zu erbauen. Unter der Erde, in sonnenlosen Höhlen, wimmelte es von ihnen, wie von beweglichen Ameisen. Nicht den Winter, nicht den blütenvollen Frühling, nicht den früchtereichen Sommer kannten sie an sicheren Zeichen. Planlos war alles, was sie verrichteten. Da nahm sich Prometheus seiner Geschöpfe an. Er lehrte sie den Auf- und Niedergang der Gestirne beobachten. Er fand ihnen die Kunst zu zählen, die Buchstabenschrift. Er lehrte sie Tiere ans Joch spannen und zu Genossen ihrer Arbeit brauchen. Gewöhnte die Rosse an Zügel und Wagen. Er fand Nachen und Segel für die Schifffahrt. Auch fürs übrige Leben sorgte er den Menschen. Früher, wenn einer krank wurde, wußte er kein Mittel, nicht was von Speise und Trank ihm zuträglich sei. Er kannte kein Salböl zur Linderung seiner Schäden, sondern aus Mangel an Arzneien starben sie elendiglich dahin. Darum zeigte ihnen Prometheus die Mischung milder Heilmittel, allerlei Krankheiten damit zu vertreiben. Dann lehrte er sie die Wahrsagerkunst, deutete ihnen Vorzeichen und Träume, Vogelflug und Opferschau. Ferner führte er ihren Blick unter die Erde und ließ sie hier das Erz, das Eisen, das Silber und das Gold entdecken. Kurz, in alle Bequemlichkeiten und Künste des Lebens leitete er sie ein. Im Himmel herrschte mit seinen Kindern seit kurzem Zeus, der seinen Vater Kronos entthront und das alte Göttergeschlecht, von welchem auch Prometheus abstammte, gestürzt hatte. Jetzt wurden die neuen Götter aufmerksam auf das eben entstandene Menschenvolk. Sie verlangten Verehrung von ihm für den Schutz, welchen sie demselben angedeihen zu lassen bereitwillig waren. Zum Ikone in Griechenland ward ein Tag gehalten zwischen Sterblichen und Unsterblichen und Rechte und Pflichten der Menschen bestimmt. Bei dieser Versammlung erschien Prometheus als Anwalt seiner Menschen, dafür zu sorgen, dass die Götter für die übernommenen Schutzämter den Sterblichen nicht allzu lästige Gebühren auferlegen möchten. Da verführte den Titanensohn seine Klugheit, die Götter zu betrügen. Er schlachtete im Namen seiner Geschöpfe einen großen Stier. Davon sollten die Himmlischen wählen, was sie für sich davon verlangten. Er hatte aber nach Zerstückelung des Opfertieres zwei Haufen gemacht. Auf die eine Seite legte er das Fleisch, das Eingeweide und den Speck in die Haut des Stieres zusammengefasst und den Magen oben darauf. Auf die andere die kahlen Knochen, künstlich in das Unschlitt des Schlachtopfers eingehüllt. Und dieser Haufen war der größere. Zeus, der Göttervater, der Allwissende, durchschaute seinen Betrug und sprach »Sohn des Lappethos, erlauchter König, guter Freund, wie ungleich hast du die Teile geteilt!« Prometheus glaubte jetzt erst recht, dass er ihn betrogen, lächelte bei sich selbst und sprach »Erlauchter Zeus, größter der ewigen Götter, wähle den Teil, den dir dein Herz im Busen anrät, zu wählen!« Zeus ergrimmte im Herzen, aber geflissentlich faßte er mit beiden Händen das weiße Unschlitt. Als er es nun auseinandergedrückt und die bloßen Knochen gewahrte, stellte er sich an, als entdeckte er jetzt eben erst den Betrug, und zornig sprach er »Ich sehe wohl, Freund Lappetionide, daß du die Kunst des Truges noch nicht verlernt hast!« Zeus beschloss, sich an Prometheus für seinen Betrug zu rächen und versagte den Sterblichen die letzte Gabe, die sie zur vollendeteren Gesittung bedurften, das Feuer. Doch auch dafür wußte der schlaue Sohn des Lappetors Rat. Er nahm den langen Stängel des markigen Riesenfenchels, näherte sich mit ihm dem vorüberfahrenden Sonnenwagen und setzte so den Stängel in glostenden Brand. Mit diesem Feuerzunder kam er hernieder auf die Erde, und bald loderte der erste Holstoß gen Himmel. In innerster Seele schmerzte es den Donnerer, als er den fernhin leuchtenden Glanz des Feuers unter dem Menschen emporsteigen sah. Sofort formte er, da des Feuers Gebrauch den Sterblichen nicht mehr zu nehmen war, ein neues Übel für sie. Der seiner Kunst wegen berühmte Feuergott Hephaistos mußte ihm das Scheinbild einer schönen Jungfrau fertigen. Athene selbst, die auf Prometheus eifersüchtig, ihm abhold geworden war, warf dem Bild ein weißes, schimmerndes Gewand über, ließ ihr einen Schleier über das Gesicht wallen, den das Mädchen mit den Händen geteilt hielt, bekränzte ihr Haupt mit frischen Blumen und umschlang es mit einer goldenen Binde, die gleichfalls Hephaistos seinem Vater zulieb, kunstreich verfertigt und mit bunten Tiergestalten herrlich verzehrt hatte. Hermes, der Götterbote, mußte dem Holdengebilde Sprache verleihen und Aphrodite allen Liebreiz. Also hatte Zeus unter der Gestalt eines Guten ein blendendes Übel geschaffen. Er nannte das Mägden Pandora, das heißt die Allbeschenkte, denn jeder der Unsterblichen hatte er irgendein unheilbringendes Geschenk für die Menschen mitgegeben. Darauf führte er die Jungfrau hernieder auf die Erde, wo Sterbliche vermischt mit den Göttern Lust wandelten. Alle miteinander bewunderten die unvergleichliche Gestalt. Sie aber schritt zu Epimethäus, dem argloseren Bruder des Prometheus, ihm das Geschenk des Zeus zu bringen. Vergebens hatte dieser den Bruder gewarnt, niemals ein Geschenk vom olympischen Herrscher anzunehmen, damit dem Menschen kein Leid dadurch widerführe, sondern es sofort zurückzusenden. Epimethäus, dieses Wortes uneingedenk, nahm die schöne Jungfrau mit Freuden auf und empfand das Übel erst, als er es hatte. Denn bisher lebten die Geschlechter der Menschen, von seinem Bruder beraten, frei vom Übel, ohne beschwerliche Arbeit, ohne quälende Krankheit. Das Weib aber trug in den Händen ihr Geschenk, ein großes Gefäß mit einem Deckel versehen. Kaum bei Epimethäus angekommen, schlug sie den Deckel zurück und alsbald entflog dem Gefäße eine Schar von Übeln und verbreitete sich mit Blitze schnelle über die Erde. Ein einziges Gut war zuunterst in dem Fasse verborgen. Die Hoffnung. Aber auf den Rat des Göttervaters warf Pandora den Deckel wieder zu, ehe sie herausflattern konnte, und verschloss sie für immer in dem Gefäß. Das Elend füllte inzwischen in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Die Krankheiten irrten bei Tag und bei Nacht unter den Menschen umher, heimlich und schweigend, denn Zeus hatte ihnen keine Stimme gegeben. Eine Schar von Fiebern hielt die Erde belagert, und der Tod, früher nur langsam die Sterblichen beschleichend, beflügelte seinen Schritt. Darauf wandte sich Zeus mit seiner Rache gegen Prometheus. Er übergab den Verbrecher dem Hephaistus und seinen Dienern, dem Kratos und der Bia, dem Zwang und der Gewalt. Diese mußten ihn in die skythischen Einöden schleppen und hier, über einem schauderhaften Abgrund, an eine Felswand des Berges Kaukasus mit unauflöslichen Ketten schmieden. Ungerne vollzog Hephaistus den Auftrag seines Vaters. Er liebte in dem Titanensohne den verwandten Abkömmling seines Urgroßvaters Uranos, den ebenbürtigen Göttersprössling. Unter mitleidsvollen Worten und von den roheren Knechten gescholten, ließ er diese das grausame Werk vollbringen. So mußte nun Prometheus an der freudlosen Klippe hängen, aufrecht, schlaflos, niemals imstande, das müde Knie zu beugen. »Viele vergebliche Klagen und Seufzer wirst du versenden«, sagte Hephaistus zu ihm, »denn des Zeus Sinn ist unerbittlich, und alle, die erst seit kurzem die Herrschergewalt an sich gerissen«, Zeus hatte den Kronos seinen Vater und mit ihm die alte Götterdynastie gestürzt und sich des Olymps mit Gewalt bemächtigt. Lappethos und Kronos waren Brüder, Prometheus und Zeus' Geschwisterkinder, »sind hartherzig!« Wirklich sollte auch die Qual des Gefangenen ewig oder doch dreißigtausend Jahre dauern. Obwohl laut aufseufzend und Winde, Ströme, Quellen und Meereswellen, die Allmutter Erde und den allschauenden Sonnenkreis zu Zeugen seiner Pein aufrufend, blieb er doch ungebeugten Sinnes. »Was das Schicksal beschlossen hat«, sprach er, »muß derjenige tragen, der die unbezwingliche Gewalt der Notwendigkeit einsehen gelernt hat.« Auch ließ er sich durch keine Drohungen des Zeus bewegen, die dunkle Weissagung, daß den Götterherrscher durch einen neuen Ehebund, mit der Thetis, Verderben und Untergang bevorstehe, näher auszudeuten. Zeus hielt Wort. Er sandte dem Gefesselten einen Adler, der als täglicher Gast an seiner Leber zehren durfte, die sich, abgeweidet, immer wieder erneuerte. Diese Qual sollte nicht eher aufhören, bis ein Ersatzmann erscheinen würde, der durch freiwillige Übernahme des Todes, gewissermaßen sein Stellvertreter zu werden, sich erböte. Jener Zeitpunkt erschien früher, als der Verurteilte nach dem Spruch des Göttervaters erwarten durfte. Als er viele Jahre an dem Felsen gehangen, kam Herakles des Weges, auf der Fahrt nach den Hesperiden und ihren Äpfeln begriffen. Wie er den Götterenkel am Kaukasus hängen sah und sich seines guten Rates zu erfreuen hoffte, erbarmte ihn sein Geschick, denn er sah zu, wie der Adler auf den Knien des Prometheus sitzend an der Leber des Unglücklichen Fraß. Da legte er Keule und Löwenhaut hinter sich, spannte den Bogen, entsandte den Pfeil und schoß den grausamen Vogel von der Leber des Gequälten hinweg. Hierauf löste er seine Fesseln und führte den Befreiten mit sich davon. Damit aber Zeus' Bedingung erfüllt würde, stellte er ihm als Ersatzmann den Zentauren Chiron, der ehrbötig war, an jenes Stadt zu sterben, denn vorher war er unsterblich. Auf das jedoch des Chroniden Urteil, der den Prometheus auf weit längere Zeit an den Felsen gesprochen hatte, auch so nicht unvollzogen bliebe, so mußte Prometheus fortwährend einen eisernen Ring tragen, an welchem sich ein Steinchen von jenem Kaukasusfelsen befand. So konnte sich Zeus rühmen, daß sein Feind noch immer an den Kaukasus angeschmiedet lebe. Die Menschenalter Diese Sage ist unabhängig von der vorigen und stimmt nicht mit ihr überein. Die ersten Menschen, welche die Götter schufen, waren ein goldenes Geschlecht. Diese lebten, solange Kronos dem Himmel vorstand, sorgenlos und den Göttern selbst ähnlich, von Arbeit und Kummer entfernt. Auch die Leiden des Alters waren ihnen unbekannt. An Händen, Füßen und allen Gliedern immer rüstig, freuten sie sich von jeglichem Übel frei, heiterer Gelage. Die seligen Götter hatten sie lieb und schenkten ihnen auf reichen Fluren stattliche Herden. Wenn sie verscheiden sollten, sanken sie nur in sanften Schlaf. So lange sie aber lebten, hatten sie alle möglichen Güter. Das Erdreich gewährte ihnen alle Früchte von selbst und im Überflosse, und ruhig, mit allen Gütern gesegnet, vollbrachten sie ihr Tagewerk. Nachdem jenes Geschlecht dem Beschluss des Schicksals zufolge von der Erde verschwunden war, wurden sie zu frommen Schutzgöttern, welche, dicht in Nebel gehüllt, die Erde ringsdurch wandelten, als Geber alles Guten, Behüter des Rechts und Rächer aller Vergehungen. Hierauf schufen die Unsterblichen ein zweites Menschengeschlecht, das Silberne. Dieses war schon weit von jenem abgeartet und glich ihm weder an Körpergestaltung noch an Gesinnung. Sondern ganze hundert Jahre wuchs der verzerkelte Knabe noch unmündig an Geist unter der mütterlichen Pflege im Elternhause auf, und wenn einer endlich zum Jünglingsalter herangereift war, so blieb ihm nur noch kurze Frist zum Leben übrig. Unvernünftige Handlungen stürzten diese neuen Menschen in Jammer, denn sie konnten schon ihre Leidenschaften nicht mehr mäßigen und frevelten im Übermute gegeneinander. Auch die Altäre der Götter wollten sie nicht mehr mit den gebührenden Opfern ehren. Deswegen nahm Zeus dieses Geschlecht wieder von der Erde hinweg. Denn ihm gefiel nicht, daß sie der Ehrfurcht gegen die Unsterblichen ermangelten. Doch waren auch diese noch nicht so entblößt von Vorzügen, daß ihnen nach ihrer Entfernung aus dem Leben nicht einige Ehre zum Anteil geworden wäre, und sie durften als sterbliche Dämonen noch auf der Erde umherwandeln. Nun erschuf der Vater Zeus ein drittes Geschlecht von Menschen, das hieß das Eherne. Das war auch dem Silbernen völlig ungleich, grausam, gewalttätig, immer nur den Geschäften des Krieges ergeben, immer einer auf des anderen Beleidigung sinnend. Sie verschmähten es von den Früchten des Feldes zu essen und näherten sich vom Tierfleische. Ihr Stasen war hart wie Diamant, ihr Leib von ungeheurem Gliederbau. Arme wuchsen ihnen von den Schultern, denen niemand nahe kommen durfte. Ihre Wehr war Erz, ihre Wohnung Erz, mit Erz bestellten sie das Feld, denn Eisen war damals noch nicht vorhanden. Sie kehrten ihre eigenen Hände gegeneinander, aber so groß und entsetzlich sie waren, so vermochten sie doch nichts gegen den schwarzen Tod und stiegen, vom hellen Sonnenlichte scheidend, in die schaurige Nacht der Unterwelt hernieder. Als die Erde auch dieses Geschlecht eingehüllt hatte, brachte Zeus, der Sohn Kronos, ein viertes Geschlecht hervor, das auf der nährenden Erde wohnen sollte. Dies war weder edler und gerechter als das vorige. Es war das Geschlecht der göttlichen Heroen, welche die Vorbild auch Halbgötter genannt hat. Zuletzt vertilgte aber auch sie, Zwietracht und Krieg, die einen vor den sieben Toren Thebens, wo sie um das Reich des Königes Oedipus kämpften, die anderen auf dem Gefilde Trojas, wohin sie um der schönen Helena willen zahllos auf Schiffen gekommen waren. Als diese ihr Erdenleben in Kampf und Not beschlossen hatten, ordnete ihnen der Vater Zeus ihren Sitz am Rande des Weltalls an, im Ozean, auf den Inseln der Seligen. Dort führten sie nach dem Tode ein glückliches und sorgenfreies Leben, wo ihnen der fruchtbare Boden dreimal im Jahr honigsüße Früchte zum Labsaal empor sendet. Ach, wäre ich, so seufzet der alte Dichter Hesiod, der diese Sage von den Menschenaltern erzählt, wäre ich doch nicht ein Genosse des fünften Menschengeschlechtes, das jetzt gekommen ist. Wäre ich früher gestorben oder später geboren, denn dieses Menschengeschlecht ist ein Eisernes. Gänzlich verderbt ruhen diese Menschen weder bei Tage noch bei Nacht von Kümmernis und Beschwerden. Immer neue, nagende Sorgen schicken ihnen die Götter. Sie selbst aber sind die größte Plage. Der Vater ist dem Sohne, der Sohn dem Vater nicht heult. Der Gast hasst den ihn bewirteten Freund, der Genosse den Genossen. Auch unter Brüdern herrscht nicht mehr herzliche Liebe wie vor Zeiten. Dem grauen Haare der Eltern selbst wird die Ehrfurcht versagt. Schmachreden werden gegen sie ausgestoßen, Misshandlungen müssen sie erdulden. Ihr grausamen Menschen, denkt ihr denn gar nicht an das Göttergericht, dass ihr euren abgelebten Eltern den Dank für ihre Pflege nicht erstatten wollet? Überall gilt nur das Faustrecht. Auf Städteverwüstung sinnen sie gegeneinander. Nicht derjenige wird begünstigt, der die Wahrheit schwört, der gerecht und gut ist. Nein, nur den Übeltäter, den schnöden Frevler ehren sie. Recht und Mäßigung gilt nichts mehr. Der Böse darf den Edleren verletzen, trügerische, krumme Worte sprechen, falsches Beschwören. Deswegen sind diese Menschen auch so unglücklich. Schadenfrohe, misslaunige Schälsucht verfolgt sie und grollt ihnen mit dem neidischen Antlitz entgegen. Die Göttinnen der Scham und der Heiligen Scheu, welche sich bisher doch noch auf der Erde hatten blicken lassen, verhüllen traurig ihren schönen Leib in das weiße Gewand und verlassen die Menschen, um sich wieder in die Versammlung der ewigen Götter zurückzuflüchten. Unter den sterblichen Menschen blieb nichts als das traurige Elend zurück und keine Rettung von diesem Unheil ist zu erwarten. Doikalion und Pyra Als das eherne Menschengeschlecht auf Erden hauste und Zeus, dem Weltbeherrscher, schlimme Sage von seinen Freveln zu Ohren gekommen, beschloss er, selbst in menschlicher Bildung die Erde zu durchstreifen. Aber allenthalben fand er das Gerücht noch geringer als die Wahrheit. Eines Abends, in später Dämmerung, trat er unter das ungastliche Obdach des Akkadierkönigs Lykaon, welcher durch Wildheit berüchtigt war. Er ließ durch einige Wunderzeichen merken, daß ein Gott gekommen sei. Und die Menge hatte sich auf die Knie geworfen. Lykaon jedoch spottete über diese frommen Gebete. »Lasst uns sehen«, sprach er, »ob es ein Sterblicher oder ein Gott sei.« Damit beschloss er im Herzen, den Gast um Mitternacht, wenn der Schlummer auf ihm lastete, mit ungeahntem Tode zu verderben. Noch vorher aber schlachtete er einen armen Geisel, den ihm das Volk der Molosser gesandt hatte, kochte die halblebendigen Glieder in siedenem Wasser oder brät sie am Feuer, und setzte sie dem Fremdling zum Nachtmale auf den Tisch. Zeus, der alles durchschaut hatte, fuhr vom Male empor und sandte die rächende Flamme über die Burg des Gottlosen. Bestürzt entfloh der König ins freie Feld. Der erste Wehlaut, den er ausstieß, war ein Geheul. Sein Gewand wurde zu zotteln, seine Arme wurden zu Beinen. Er war in einen blutdürstigen Wolf verwandelt. Zeus kehrte in den Olymp zurück, hielt mit den Göttern Rat und gedachte, das ruchlose Menschengeschlecht zu vertilgen. Schon wollte er auf alle Länder die Blitze verstreuen, aber die Furcht, der Äther möchte in Flammen geraten und die Achse des Weltalls verlodern, hielt ihn ab. Er legte die Donnerkeile, welche ihm die Zyklopen geschmiedet, wieder beiseite und beschloss, über die ganze Erde Platzregen vom Himmel zu senden und so unter Wolkengüssen die Sterblichen aufzureiben. Auf der Stelle ward der Nordwind samt allen anderen die wolkenverscheuchenden Winden in die Höhlen des Äolos verschlossen und nur der Südwind von ihm ausgesendet. Dieser flog mit triefenden Schwingen zur Erde hinab, sein entsetzliches Antlitz bedeckte pechschwarzes Dunkel, sein Bart war schwer von Gewölk, von seinem weißen Haupthaare rann die Flut, Nebel lagerten auf der Stirne, aus dem Busen troff ihm das Wasser. Der Südwind griff an den Himmel, faßte mit der Hand die weit umherhangenden Wolken und fing an, sie auszupressen. Der Donner rollte, gedrängte Regenflut stürzte vom Himmel. Die Sarg beugte sich unter dem wogenden Sturm, da niederlag die Hoffnung des Landmanns, verdorben war die langwierige Arbeit des ganzen Jahres. Auch Poseidon, des Zeus' Bruder, kam ihm bei den Zerstörungswerken zu Hilfe, berief alle Flüsse zusammen und sprach, »Lasst euren Strömungen alle Zügel schießen, fallt in die Häuser, durchbrechet die Dämme!« Sie vollführten seinen Befehl und Poseidon selbst durchstach mit seinem Dreizack das Erdreich und schaffte durch Erschütterung den Fluteneingang. So strömten die Flüsse über die offene Flur hin, bedeckten die Felder, rissen Baumpflanzungen, Tempel und Häuser fort. Blieb auch wo ein Palast stehen, so deckte doch bald das Wasser seinen Giebel, und die höchsten Türme verbargen sich im Strudel. Meer und Erde waren bald nicht mehr unterschieden. Alles war See, gestadelose See. Die Menschen suchten sich zu retten, so gut sie konnten. Der eine erkletterte den höchsten Berg, der andere bestieg einen Kahn und ruderte nun über das Dach seines versunkenen Landhauses oder über die Hügel seiner Weinpflanzungen hin, das der Kiel an ihnen streifte. In den Ästen der Wälder arbeiteten sich die Fische ab. Den Eber, den eilenden Hirsch, erjagte die Flut. Ganze Völker wurden vom Wasser hin weggerafft, und was die Welt verschonte, starb den Hungertod auf den unbebauten Heidegipfeln. Ein solcher hoher Berg ragte noch mit zwei Spitzen im Lande Phokis über die allesbedeckende Meerflut hervor. Es war der Panassos. An ihm schwamm Deucalion, des Prometheus-Sohn, den dieser gewarnt und ihm ein Schiff erbaut hatte, mit seiner Gattin Pyrrha im Nachen herren. Kein Mann, kein Weib war je erfunden worden, die an Rechtschaffenheit und Götterscheu diese beiden übertroffen hätten. Als nun Zeus, vom Himmel herabschauend, die Welt von stehenden Sümpfen überschwemmt und von den vielen Tausenden mal Tausenden nur ein einziges Menschenpaar übrig sah, beide unsträflich, beide andächtige Verehrer der Gottheit, da sandte er den Nordwind aus, sprengte die schwarzen Wolken und hieß ihn die Nebel entführen. Er zeigte den Himmel der Erde und die Erde dem Himmel wieder. Auch Poseidon, der Meeresfürst, legte den Dreizack nieder und besänftigte die Flut. Das Meer erhielt wieder Ufer, die Flüsse kehrten in ihr Bett zurück, Wälder streckten ihre mit Schlamm bedeckten Baumwipfel aus der Tiefe hervor, Hügel folgten, endlich breitete sich auch wieder ebenes Land aus und zuletzt war die Erde wieder da. Deucalion blickte um sich. Das Land war verwüstet und in Grabe stille versenkt. Tränen rollten bei diesem Anblick über seine Wangen und er sprach zu seinem Weibe Pyra, Geliebte, einzige Lebensgenossin, soweit ich in die Länder schaue, nach allen Weltgegenden hin, kann ich keine lebende Seele entdecken. Wir zwei bilden miteinander das Volk der Erde, alle anderen sind in der Wasserflut untergegangen. Aber auch wir sind unseres Lebens noch nicht mit Gewissheit sicher. Jede Wolke, die ich sehe, erschreckt meine Seele noch. Und wenn auch alle Gefahr vorüber ist, was fangen wir einsamen auf der verlassenen Erde an? Ach, dass mich mein Vater Prometheus die Kunst gelehrt hätte, Menschen zu erschaffen und geformtem Throne Geist einzugießen. So sprach er und das verlassenen Paar fing an zu weinen. Dann warfen sie vor einem halb zerstörten Altar der Göttin Themis sich auf die Knie nieder und begannen zu der himmlischen zu flehen. Sag uns an, o Göttin, durch welche Kunst stellen wir unser untergegangenes Menschengeschlecht wieder her? O Hilf der versunkenen Welt wieder zum Leben! Verlasset meinen Altar! tönte die Stimme der Göttin. Umschleiert euer Haupt, löset eure gegürteten Glieder und werfet die Gebeine eurer Mutter hinter den Rücken. Lange verwunderten sich beide über diesen rätselhaften Götterspruch. Pörer brach zuerst das Schweigen. Verzeih mir, hohe Göttin, sprach sie, wenn ich zusammenschaudere, wenn ich dir nicht gehorsame und meiner Mutter Schatten nicht durch Zerstreuung ihrer Gebeine kränken will. Aber dem Deukalion fuhr es durch den Geist wie ein Lichtstrahl. Er beruhigte seine Göttin mit dem freundlichen Worte Entweder trügt mich mein Schafssinn oder die Worte der Götter sind fromm und verbergen keinen Frevel. Unsere große Mutter, das ist die Erde. Ihre Knochen sind die Steine. Und diese, Pörer, sollen wir hinter uns werfen. Beide misstrauten indessen dieser Deutung noch lange. Jedoch, was schadet die Probe, dachten sie. So gingen sie denn seitwärts, verhüllten ihr Haupt, entgürteten ihre Kleider und warfen, wie ihnen befohlen war, die Steine hinter sich. Da ereignete sich ein großes Wunder. Das Gestein begann seine Härtigkeit und Spröde abzulegen, wurde geschmeidig, wuchs, gewann eine Gestalt. Menschliche Formen traten an ihm hervor, doch noch nicht deutlich, sondern rohen Gebilden oder einer in Marmor vom Künstler erst aus dem groben herausgemeißelten Figur ähnlich. Was jedoch an den Steinen Feuchtes oder Erdichtes war, das wurde zu Fleisch an dem Körper. Das Unbeugsame, Feste ward in Knochen verwandelt. Das Geäder in den Steinen blieb Geäder. So gewannen mit Hilfe der Götter in kurzer Frist die vom Manne geworfenen Steine männliche Bildung, die vom Weibe geworfenen weibliche. Diesen seinen Ursprung verleugt in das menschliche Geschlecht nicht. Es ist ein hartes Geschlecht und tauglich zur Arbeit. Jeden Augenblick erinnert es daran, aus welchem Stamm es erwachsen ist. Eo sie mit verführerischen Schmeichelworten zu versuchen. O Jungfrau, glücklich ist, der dich besitzen wird. Doch ist kein Sterblicher deiner wert. Und du verdientest, des Höchsten Gottes Braut zu sein. Wisse denn, ich bin Zeus. Fliehe nicht vor mir. Die Hitze des Mittags brennt heiß, tritt mit mir in den Schatten des erhabenen Haines, der uns dort zur Linken in seine Kühle einlädt. Was machst du dir in der Glut des Tages zu schaffen? Fürchte dich doch nicht, den dunklen Wald und die Schluchten, in welchen das Wildhause zu betreten. Bin doch ich da, dich zu schirmen. Der Gott, der den Zepter des Himmels führt und die zackigen Blitze über den Erdboden versendet. Aber die Jungfrau floh vor dem Versucher, mit eiligen Schritten, und sie wäre ihm auf den Flügeln der Angst entkommen, wenn der verfolgende Gott seine Macht nicht misstraucht und das ganze Land in Finsternis gehüllt hätte. Rings umqualmte die Fliehende der Nebel, und bald waren ihre Schritte gehemmt durch die Furcht, an einen Felsen zu rennen oder in einen Fluß zu stürzen. So kam die unglückliche Eo in die Gewalt des Gottes. Hera, die Göttermutter, war längst an die Treulosigkeit ihres Gatten gewöhnt, der sich von ihrer Liebe ab und den Töchtern der Halbgötter und der Sterblichen zuwandte. Aber sie vermochte ihren Zorn und ihre Eifersucht nicht zu bändigen, und mit immer wachem Misstrauen beobachtete sie alle Schritte des Gottes auf der Erde. So schaute sie auch jetzt gerade auf die Gegenden hernieder, wo ihr Gemahl ohne ihr Wissen wandelte. Zu ihrem großen Erstaunen bemerkte sie plötzlich, wie der heitere Tag auf einer Stelle durch nächtlichen Nebel getrübt wurde und wie dieser weder einem Strome noch dem dunstigen Boden entsteige, noch sonst von einer natürlichen Ursache herrühre. Da kam ihr schnell ein Gedanke an die Untreue ihres Gatten. Sie spähte rings durch den Olymp und sah ihn nicht. Entweder ich täusche mich, sprach sie ergrimmt zu sich selbst, oder ich werde von meinem Gatten schnöde gekränkt. Und nun fuhr sie auf einer Wolke vom hohen Äther zur Erde hernieder und gebot dem Nebel, der den Entführer mit seiner Beute umschlossen hielt, zu weichen. Zeus hatte die Ankunft seiner Gemahlin geahnt, und um seine Geliebte ihrer Rache zu entziehen, verwandelte er die schöne Tochter des Inachos schnell in eine schmucke, schneeweiße Kuh. Aber auch so war die Holselige noch schön geblieben. Hera, welche die List ihres Gemahls alsbald durchschaut hatte, priesterstattliche Tier und fragte, als wüßte sie nichts von der Wahrheit, wem die Kuh gehöre, von Wannen und welcherlei Zucht sie sei. Zeus, in der Not, und um sie von weiterer Nachfrage abzuschrecken, nahm seine Zuflucht zu einer Lüge und gab vor, die Kuh entstamme der Erde. Hera gab sich damit zufrieden, aber sie bat sich das schöne Tier von ihrem Gemahl zum Geschenke aus. Was sollte der betrogene Betrüger machen? Gibt er die Kuh her, so wird er seiner Geliebten verlustig. Verweigert er sie, so erregt er erst recht den Verdacht seiner Gemahlin, welche der Unglücklichen dann rasches Verderben senden wird. So entschloss er sich denn, für den Augenblick auf die Jungfrau zu verzichten und schenkte die schimmernde Kuh, die er noch immer für unentdeckt hielt, seiner Gemahlin. Hera knüpfte, scheinbar beglückt durch die Gabe, dem schönen Tier ein Band um den Hals und führte die Unselige, der ein verzweifelndes Menschenherz unter der Tiergestalt schlug, im Triumphe davon. Doch machte der Göttin dieser Diebstahl selbst Angst und sie ruhte nicht, bis sie ihre Nebenbuhlerin der sichersten Hut überantwortet hatte. Daher suchte sie den Argos, den Sohn des Arestor, auf, ein Ungetüm, das zu diesen Diensten besonders geeignet schien. Denn Argos hatte hundert Augen im Kopfe, von denen nur ein paar abwechslungsweise sich schloß und der Ruhe ergab, während die übrigen alle, über Vorder- und Hinterhaupt wie funkelnde Sterne zerstreut, auf ihrem Posten ausharrten. Diesen gab Hera der armen Io zum Wächter, damit ihr Gemahl Zeus die entrissene Geliebte nicht entführen könne. Unter seinen hundert Augen durfte Io, die Kuh, des Tags über auf einer fetten Trift weiden. Argos aber stand in der Nähe, und wo er sich immer hinstellen mochte, erblickte er, die ihm anvertraute. Auch wenn er sich abwandte und ihr das Hinterhaupt zukehrte, hatte er Io vor Augen. Wenn aber die Sonne untergegangen war, schloss er sie ein und belastete den Hals der Unglückseligen mit Ketten. Bittre Kräuter und Baumlaub waren ihre Speise, ihr Bett der harte, nicht einmal immer mit Gras bedeckte Boden, ihr Trank schlammige Pfützen. Io vergaß oft, dass sie kein Mensch mehr war. Sie wollte, mit Leiden erflehrend, ihre Arme zu Argos erheben. Da ward sie erst daran erinnert, dass sie keine Arme mehr hatte. Sie wollte ihm in Worten rührende Bitten vortragen, dann entfuhr ihrem Munde ein Brüllen, das sie vor ihrer eigenen Stimme erschrak, welche sie daran mahnte, wie sie durch ihres Räubers Selbstsucht in ein Tier verwandelt worden sei. Doch blieb Argos mit ihr nicht an einer Stelle, denn, so hatte es ihn Heere geheißen, die durch Veränderung ihres Aufenthalts sie dem Gemahl um so gewisser zu entziehen hoffte. Daher zog ihr Wächter mit ihr im Lande herum und so kam sie auch mit ihm in ihre alte Heimat, an das Gestade des Flusses, wo sie so oft als Kind zu spielen gepflegt hatte. Da sah sie zum ersten Mal ihr Bild in der Flut. Als das Tierhaupt mit Hörnern ihr aus dem Wasser entgegenblickte, schauderte sie zurück und floh bestürzt vor sich selbst. Ein sehnsüchtiger Trieb führte sie in die Nähe ihrer Schwestern, in die Nähe ihres Vaters Inachos, aber diese erkannten sie nicht. Inachos streichelte wohl das schöne Tier und reichte ihm Blätter, die er von dem nächsten Strauche pflückte. Io beleckte dankbar seine Hand und benetzte sie mit Küssen und heimlichen menschlichen Tränen. Aber wen er liebkoste und von wem er geliebkost wurde, das ahnte der Greis nicht. Endlich kam der Armen, deren Geist unter der Verwandlung nicht gelitten hatte, ein glücklicher Gedanke. Sie fing an, Schriftzeichen mit dem Fuße zu ziehen und erregte durch diese Bewegung die Aufmerksamkeit des Vaters, der bald im Staube die Kunde las, dass er sein eigenes Kind vor sich habe. Ich Unglückseliger rief der Greis bei dieser Entdeckung aus, indem er sich an Horn und Nacken der stöhnenden Tochter hing. So muss ich dich wiederfinden, die ich durch alle Länder gesucht habe. Wehe mir, du hast mir weniger Kummer gemacht, solange ich dich suchte, als jetzt, wo ich dich gefunden habe. Du schweigst, du kannst mir kein tröstendes Wort sagen, mir nur mit einem Gebrüll antworten, ich Thor, einst sah nicht darauf, wie ich dir einen würdigen Eidamm zuführen könnte, und dachte nur an Brautfackel und Vermählung, nun bist du ein Kind der Herde. Argos, der grausame Wächter, ließ den jammernden Vater nicht vollenden, er riß Io von dem Vater hinweg und schleppte sie fort auf einsame Weiden. Dann klomm er selbst einen Berggipfel empor, und versah sein Amt, indem er mit seinen hundert Augen wachsam nach allen vier Winden hinaus lugte. Zeus konnte das Leid der Inachos Tochter nicht länger ertragen. Er rief seinem geliebten Sohne Hermes und befahl ihm, seine List zu brauchen und dem verhassten Wächter das Augenlicht auszulöschen. Dieser beflügelte seine Füße, ergriff mit der mächtigen Hand seine einschläfernde Route und setzte seinen Reisehut auf. So fuhr er von dem Palaste seines Vaters zur Erde nieder. Dort legte er Hut und Schwingen ab und behielt nur den Stab. So stellte er einen Hirten vor, lockte Ziegen an sich und trieb sie auf die abgelegenen Fluren, wo Io weidete und Argos die Wache hielt. Dort angekommen zog er ein Hirtenrohr, das man Sirings nennt, hervor und fing an, so anmutig und voll zu blasen, wie man von irdischen Hirten zu vernehmen nicht gewohnt ist. Der Diener Heras freute sich dieses ungewohnten Schalles, erhob sich von seinem Felsen Sitze und rief hernieder. Wer du auch sein magst, willkommener Rohrbläser, du könntest wohl bei mir auf diesem Felsen hier ausruhen, nirgends ist der Graswuchs üppiger für das Vieh als hier, und du siehst, wie behaglich der Schatten dieser dicht gepflanzten Bäume für den Hirten ist. Hermes dankte dem Rufenden, stieg hinauf und setzte sich zu dem Wächter, mit welchem er eifrig zu plaudern anfing und sich so ernstlich ins Gespräch vertiefte, dass der Tag herumging, ehe Argos sich dessen versah. Diesem begannen die Augen zu schläfern und nun griff Hermes wieder zu seinem Rohre und versuchte sein Spiel, um ihn vollends ins Schlummer zu wiegen. Aber Argos, der an den Zorn seiner Herren dachte, wenn er seine Gefangene ohne Fesseln und Obhut ließe, kämpfte mit dem Schlaf. Und wenn sich auch der Schlummer in einen Teil seiner Augen einschlich, so wachte er doch fortdauernd mit dem anderen Teile, nahm sich zusammen und da die Rohrpfeife erst kürzlich erfunden worden war, so fragte er seinen Geselle nach dem Ursprunge dieser Erfindung. Das will ich dir gerne erzählen, sagte Hermes, wenn du in dieser späten Abendstunde Geduld und Aufmerksamkeit genug hast, mich anzuhören. In den Schneegebirgen Arkadiens wohnte eine berühmte Hamadriade, eine Baumnümpfe mit Namen Sirings. Die Waldgötter und Satyren, von ihrer Schönheit bezaubert, verfolgten sie schon lange mit ihrer Werbung, aber immer Denn sie scheute das Joch der Vermählung und wollte, umgürtet und jagdliebend wie Artemis, gleich dieser in jungfräulichem Stande verharren. Endlich wurde auf seinen Streifereien durch jene Wälder auch der mächtige Gott Pan der Nympfe ansichtig, näherte sich ihr und warb um ihre Hand, dringend und im stolzen Bewusstsein seiner Hoheit. Aber die Nympfe verschmähte sein und flüchtete vor ihm durch unwegsame Steppen, bis sie zuletzt an das Wasser des versandeten Flusses Ladon kam, dessen Wellen doch noch tief genug waren, der Jungfrau den Übergang zu wehren. Hier schiefen klagendem Gesäusel der Zauber dieses Wohllautes tröstete den getäuschten Gott. Wo denn, verwandelte Nympfe, rief er mit schmerzlicher Freude, auch so soll unsere Verbindung unauflöslich sein. Und nun schnitt er sich von dem geliebten Schilfe ungleichförmige Röhren, verknüpfte sie mit Wachs untereinander und nannte die lieblich tönende Flöte nach dem Namen der Holden Hamadriade und seitdem heißt dieses Hirtenrohr Sirings. So lautete die Erzählung des Götterbooten, bei welcher er den hundertäugigen Wächter unausgesetzt im Auge behielt. Die Meere wäre noch nicht zu Ende, als er sah, wie ein Auge um das andere sich unter der Decke geborgen hatte und endlich alle die hundert Leuchten in dichtem Schlaf erloschen waren. Nun hemmte der Götterbote seine Stimme, berührte mit seinem Zauberstabe nacheinander die hundert eingeschläferten Augenlider und verstärkte ihre Betäubung. Während nun der hundertäugige Argos in tiefem Schlaf nickte, griff Hermes schnell zu dem Sichelschwerte, das er unter seinem Hirtenrocke verborgen trug und hieb ihm den gesenkten Nacken, da wo der Hals zunächst an den Kopf grenzt, durch und durch. Kopf und Rumpf stürzten nacheinander vom Felsen herab und färbten das Gestein mit einem Strome von Blut. Nun war Io befreit und obwohl noch unverwandelt, rannte sie ohne Fesseln davon. Aber vor den durchdringenden Blicken Heras entging nicht, was in der Tiefe geschehen war. Sie dachte auf eine ausgesuchte Qual für ihre Nebenbuhlerin und sandte ihr eine Bremse, die das unglückliche Geschöpf durch ihren Stich zum Wahnsinn trieb. Diese Qual jagte die Geängstigte mit ihrem Stachel landflüchtig über den ganzen Erdkreis zu den Skiten an den Kaukasus zum Amazonenvolke zum kimmerischen Istmos und an die Mäotische See dann hinüber nach Asien und endlich nach langem verzweiflungsvollem Irrlaufe nach Ägypten. Hier am Strande des Nilufers angelangt sank Io auf ihre Vorderfüße nieder und hob den Hals rücklings gebogen ihre stummen Augen zum Olymp empor mit einem Blicke voll Haders gegen Zeus. Den jammerte dieses Anblickes er eilte zu seiner Gemahlin Hera umfing ihren Hals mit den Armen flehte um Barmherzigkeit für das arme Mädchen das schuldlos an seiner Verehrung war und schwor ihr beim Wasser der Unterwelt bei dem die Götter schwören von seiner Neigung zu ihr hinfort ganz abzulassen. Hera hörte während dieser Bitte das flehendliche Brüllen der Kuh das zum Olymp empor stieg. Da ließ sich die Göttermutter erweichen und gab dem Gemahle Vollmacht dem Missgestalteten den menschlichen Leib zurück zu geben. Zeus eilte zur Erde nieder und an den Nil. Hier strich er der Kuh mit der Hand über den Rücken. Da war es wunderbar anzuschauen. Die Zotteln flogen vom Leibe des Tieres, das Gehirn schrumpfte zusammen, die Scheibe der Augen verengte sich, das Maul zog sich zu Lippen zusammen, Schultern und Hände kehrten wieder, die Klauen verschwanden, nichts blieb von der Kuh übrig als die schöne weiße Farbe. In ganz verwandelter Gestalt erhob sich Io vom Boden und stand aufrecht, in menschlicher Schönheit leuchtend. Am Nilstrome gebar sie dem Zeus den Epaphos, und weil das Volk die wunderbar verwandelte und errettete Götter gleich Erde, so herrschte sie lange mit Fürstengewalt über jene Lande. Doch blieb sie auch so nicht ganz von Heras Zorne verschont. Diese stiftete das wilde Volk der Kureten auf, ihren jungen Sohn Epaphos zu entführen, und nun trat sie aufs Neue eine lange vergebliche Wanderung an, den Geraubten aufzusuchen. Endlich, nachdem Zeus die Kureten mit dem Blitz erschlagen, fand sie den entführten Sohn an der Grenze Äthiopiens wieder, kehrte mit ihm nach Ägypten zurück Seite herrschen. Er heiratete die Memphis und diese gebar ihm Lybia, von der das Land Lybien den Namen erhielt. Mutter und Sohn wurden von dem Nil Volke nach beider Tode mit Tempeln geehrt und erhielten sie als Isis, er als Apis göttliche Verehrung. Phaeton Auf herrlichen Säulen erbaut, stand die Königsbock des Sonnengottes, von blitzendem Gold und glühendem Karfunkel schimmernd, den obersten Giebel umschloß blendendes Elfenbein, gedoppelte Türen strahlten in Silberglanz, darauf in erhabener Arbeit die schönsten Wundergeschichten zu schauen waren. In diesen Palast trat Phaeton, der Sohn des Sonnengottes Phöbos, und verlangte den Vater zu sprechen, doch stellte er sich nur von Ferne hin, denn in der Nähe war das strahlende Licht nicht zu ertragen. Der Vater Phöbos, von Purpur Gewand umhüllt, saß auf seinem fürstlichen Stuhle, der mit glänzenden Smaragden besetzt war. Zu seiner Rechten und seiner Linken stand sein Gefolge geordnet, der Tag, der Monat, das Jahr, die Jahrhunderte und die Horen. Der jugendliche Lenz mit seinem Blütenkranze, der Sommer mit Ehren Gewinden bekränzt, Weinfarben der Herbst, der eisige Winter mit schneeweißen Haaren. Phöbos, in ihrer Mitte sitzend, wurde mit seinen allschauenden Augen bald den Jüngling gewahr, der über so viele Wunder staunte. »Was ist der Grund deiner Wallfahrt?« sprach er. »Was führt dich in den Palast deines göttlichen Vaters, mein Sohn?« Phaeton antwortete. »Erlauchter Vater, man spottet mein auf Erden und beschimpft meine Mutter Klimene. Sie sprechen, ich heuchle nur himmlische Abkunft und sei der Sohn eines dunklen Vaters. Darum komme ich, von dir ein Unterpfand zu erbitten, das mich vor aller Welt als deinen wirklichen Sprössling darstelle.« So sprach er. Da legte Phöbos die Strahlen, die ihm rings das Haupt umleuchteten, ab und hieß ihn näher herantreten. Dann umarmte er ihn und sprach, »Deine Mutter Klimene hat die Wahrheit gesagt, mein Sohn, und ich werde dich vor der Welt nimmer mehr verleugnen. Damit du aber ja nicht ferner zweifelst, so erbitte dir ein Geschenk. Ich schwöre beim Styx, dem Flusse der Unterwelt, bei welchem alle Götter schwören, deine Bitte, welche sie auch sei, soll erfüllt werden. Phaeton ließ den Vater kaum ausreden. So erfülle mir denn, sprach er, meinen glühendsten Wunsch und vertraue mir nur auf einen Tag die Lenkung deines geflügelten Sonnenwagens. Schrecken und Reue ward sichtbar auf dem Angesichte des Gottes. Drei, vier Mal schüttelte er sein umleuchtetes Haupt und rief endlich, »O Sohn, du hast mich ein sinnloses Wort sprechen lassen. Oh, dürfte ich dir doch meine Verheißung nimmer mehr gewähren. Du verlangst ein Geschäft, dem deine Kräfte nicht gewachsen sind. Du bist zu jung, du bist sterblich und was du wünschest ist ein Werk der Unsterblichen. Ja, du erstrebest sogar mehr, als den übrigen Göttern zu erlangen vergönnt ist. Denn außer mir vermag keiner von ihnen, auf der glutensprühenden Achse zu stehen. Der Weg, ist gar steil, mit Mühe erklimmt ihn in der Frühe des Morgens mein noch frisches Rosse Gespann. Die Mitte der Laufbahn ist zu oberst am Himmel. Glaube mir, wenn ich auf meinem Wagen in solcher Höhe stehe, da kommt mich oft selbst ein Grausen an, und mein Haupt droht ein Schwindel zu erfassen, wenn ich so herniederblicke in die Tiefe und Meer dann die Straße ganz abschüssig, da bedarf es gar sicherer Lenkung. Die Meeresgöttin Thetis selbst, die mich in ihren Fluten aufzunehmen bereit ist, pflegt als dann zu befürchten, ich möchte in die Tiefe geschmettert werden. Dazu bedenke, daß der Himmel sich in beständigem Umschwunge dreht und ich in diesem reißenden Kreislaufe entgegen fahren muß. Wie vermöchtest du das, wenn ich dir auch meinen Wagen gäbe? Darum, geliebter Sohn, verlange nicht ein so schlimmes Geschenk und bessere deinen Wunsch, solange es noch Zeit ist. Sieh mein erschrecktes Gesicht an, o könntest du durch meine Augen in mein sorgenvolles Vaterherz eindringen. Verlange, was du sonst willst von allen Gütern des Himmels und der Erde. Ich schwöre dir beim Stix, haben. Was umarmst du mich mit solchem Ungestüm? Aber der Jüngling ließ mit Flehen nicht ab, und der Vater hatte den heiligen Schwur geschworen. So nahm er denn seinen Sohn bei der Hand und führte ihn zu dem Sonnenwagen, Hephaistos herrlicher Arbeit. Achse, Deichsel und der Kranz der Räder waren von Gold, die Speichen Silber. Vom Joche schimmerten Krisoliten und Juwelen. Während Phaeton die herrliche Arbeit beherzt anstaunte, trat im geröteten Osten die erwachte Morgenröte, ihr Purpur-Tor und ihren Vorsaal, der voll Rosen ist, auf. Die Sterne verschwanden allmählich, der Morgenstern ist der letzte, der seinen Posten am Himmel verlässt, und die äußersten Hörner des Mondes verlieren sich am Rande. Jetzt gibt Phöbos den geflügelten Horen den Befehl, die Rosse zu schirren, und diese führen die glutsprühenden Tiere, von Ambrosia gesättigt, von den erhabenen Krippen und legen ihnen herrliche Zäume an. Während dies geschah, bestrich der Vater das Antlitt seines Sohnes mit einer heiligen Salbe und machte es dadurch geschickt, die glühende Flamme zu ertragen. Um das Haupthaar legte er ihm seine Strahlensonne, aber er seufzte dazu und sprach warnend, Kind, schone mir die Stacheln, brauche wacker die Zügel, denn die Rosse rennen schon von selbst, und es kostet Mühe, sie im Fluge zu halten. Die Straße geht schräg in weit umbiegender Krümmung, den Südpol wie den Nordpol musst du meiden. Du erblickst deutlich die Gleise der Räder. Senke dich nicht zu tief, sonst gerät die Erde in Brand. Steige nicht zu hoch, sonst verbrennst du den Himmel. Auf, die Finsternis flieht, nimm die Zügel zur Hand, oder noch ist es Zeit, besinne dich, liebes Kind, überlass den Schenken und bleibe du Zuschauer. Der Jüngling schien die Worte des Vaters gar nicht zu hören. Er schwang sich mit einem Sprung auf den Wagen, ganz erfreut, die Zügel in den Händen zu haben, und nickte dem unzufriedenen Vater einen kurzen, freundlichen Dank zu. Mittlerweile füllten die vier Flügelrosse mit glutatmendem Wiern die Luft, und ihr Huf stampfte gegen die Barren. Ohne etwas vom Lose ihres Enkels zu ahnen, öffnete Thetis, die Mutter Klimenes, die Schranken. Die Welt lag in unendlichem Raume vor den Blicken des Knaben. Die Rosse flogen die Bahn aufwärts und spalteten die Morgennebel, die vor ihnen lagen. Inzwischen fühlten die Rosse wohl, dass sie nicht die Joch leichter sei als gewöhnlich. Und wie Schiffe, wenn sie das rechte Gewicht nicht haben, im Meer schwanken, so machte der Wagen Sprünge in der Luft, ward hoch empor gestoßen und rollte dahin, als wäre er leer. Als das Rosse Gespann dies merkte, rannte es, die gebahnten Räume verlassend, und lief nicht mehr in der vorigen Ordnung. Phaeton fing an Wohin die Züge lenken, wußte den Weg nicht, wußte nicht, wie er die wilden Rosse bändigen sollte. Als nun der unglückliche Hoch vom Himmel abwärts sah, auf die tief, tief unter ihm sich hinstreckenden Länder, wurde er blass, und seine Knie zitterten von plötzlichem Schrecken. Er sah rückwärts, schon lag viel Himmel hinter ihm, aber noch mehr vor seinen Augen. Beides ermahs er in seinem Geiste. Unwissend, was beginnen, starrte er in die Weite, ließ die Zügel nicht nach, zog sie auch nicht weiter an. Er wollte den Rossen rufen, aber er kannte ihre Namen nicht. Mit Grauen sah er die mannigfaltigen Sternbilder an, die in abenteuerlichen Gestalten am Himmel herumhingen. Da ließ er von kaltem Entsetzen gefasst die Zügel fahren. Und wie diese herabschlotternd den Rücken der Pferde berührten, so verließen die Rosse ihre Spur, schweiften seitwärts in fremde Luftgebiete, gingen bald hoch empor, bald tief hernieder. Jetzt stießen sie an den Fixsternen an, jetzt wurden sie auf abschüssigem Pfade in die Nachbarschaft der Erde herabgerissen, schon berührten sie die erste Wolkenschicht, die bald entzündet aufdampfte. Immer tiefer stürzte der Wagen, und unversehens war er einem Hochgebirge nahe gekommen. Da lächzte vor Hitze der Boden, spaltete sich, und weil plötzlich alle Säfte austrockneten, fing er an zu glimmen. Das Heidegras wurde weißgelb und welkte dahin. Weiter unten loderte das Laub der Waldbäume auf. Bald war die Glut bei der Ebene angekommen. Nun wurde die Saat weggebrannt. Ganze Städte loderten in Flammen auf. Länder mit all ihrer Bevölkerung wurden versenkt. Rings brannten Hügel Wälder und Berge. Damals sollen auch die Mooren schwarz geworden sein. Die Ströme versiegten oder flohen erschreckt nach ihrer Quelle zurück. Das Meer selbst wurde zusammengedrängt und was jüngst noch See war, wurde trockenes Sandfeld. An allen Seiten sah Fäton den Erdkreis entzündet. Ihm selbst wurde die Glut bald unerträglich. Wie tief aus dem Innern einer Feuer esse atmete er siedende Luft ein und fühlte unter seinen Sohlen wie der Wagen erglühte. Schon konnte er den Dampf und die vom Erdbrand empor vorgeschlorderte Asche nicht mehr ertragen. Qualm und pechschwarzes Dunkel umgab ihn. Das Flügelgespann riß ihn nach Willkür fort. Endlich ergriff die Glut seine Haare. Er stürzte aus dem Wagen und brennend wurde er durch die Luft gewirbelt, wie zuweilen ein Stern bei heiterer Luft durch den Himmel zu schießen scheint. Ferne von der Heimat nahm ihn der breite Strom Eridanus auf und bespülte ihm sein schäumendes Angesicht. Phöbos, der Vater, der dies alles mit ansehen musste, verhüllte sein Haupt in brütender Trauer. Damals, sagt man, sei ein Tag der Erde ohne Sonnenlicht vorüber geflogen. Der ungeheure Brand leuchtete allein. Europa Im Lande Tyros und Sidon erwuchs die Jungfrau Europa, die Tochter des Königs Agenor, in der tiefen Abgeschiedenheit des väterlichen Palastes. Zu dieser ward nach mitternächtlicher Weile, wo untrügliche Träume die Sterblichen besuchen, ein seltsames Traumbild vom Himmel gesendet. Es kam ihr vor, als erschienen zwei Weltteile in Frauengestalt, Asien und der gegenüberliegende und stritten um ihren Besitz. Die eine der Frauen hatte die Gestalt einer Fremden, die andere und dies war Asien, glich an Aussehen und Gebärde einer Einheimischen. Diese wehrte sich, mit zärtlichem Eifer für ihr Kind Europa sprechend, dass sie es sei, welche die geliebte Tochter geboren und gesäugt hätte. Das fremde Weib aber umfasste sie wie einen Raub mit gewaltigen Armen und zog sie mit sich fort, ohne dass Europa im Innern zu widerstreben vermochte. »Komm »Komm nur mit mir, Liebchen«, sprach die Fremde, »ich trage dich als Beute dem Ägis erschütterer Zeus entgegen. So ist dir's vom Geschicke beschieden.« Mit klopfendem Herzen erwachte Europa und richtete sich vom Lager auf, denn das Nachtgesicht war hell wie ein Anblick des Tages gewesen. Lange Zeit saß sie unbeweglich aufrecht im Bette. Vor sich hin starrend und vor ihren weit aufgetanen Augensternen standen noch die beiden Weiber. Erst spät öffneten sich ihre Lippen zum bangen Selbst Gespräche. »Welcher himmlische, sprach sie, hat mir diese Bilder zugeschickt? Was für wunderbare Träume haben mich aufgeschreckt, die ich im Vaterhause süß und sicher schlummerte? Wer war doch die Fremde, die ich im Traume gesehen? Welch eine wunderbare Sehnsucht nach ihr regt sich in meinem Herzen? Und wie ist sie selbst mir so liebrech entgegen gekommen? Und auch als sie mich gewaltsam entführte, mit welchem Mutterblicke hat sie mich angelächelt? Mögen die seligen Götter mir den Traum zum Besten kehren? Der Morgen war herangekommen. Der helle Tagesschein vermischte den nächtlichen Schimmer des Traumes aus der Seele der Jungfrau und Europa erhob sich zu den Beschäftigungen und Freuden und Jungfrau und Bald sammelten sich um sie ihre Altersgenossinnen und Gespielinnen, Töchter der ersten Häuser, welche sie zu Chortänzen, Opfern und Lustgesängen zu begleiten pflegten. Auch jetzt kamen sie, ihre Herren, zu einem Gange nach dem blumenreichen Wiesen des Meeres einzuladen, wo sich die Mädchen der Gegend scharenweise zu versammeln und am üppigen Wuchse der Blumen und am rauschenden Halle des Meeres zu erfreuen pflegten. Alle Mädchen führten einen Korb zum Blumensammeln in den Händen. Europa selbst trug einen goldenen Korb, geschmückt mit glänzenden Bildern aus der Göttersage. Er war ein Werk des Hephaistos, ein uraltes Göttergeschenk des Erderschütterers Poseidon, das dieser der Lybier geschenkt hatte, als er um sie warb. Aus ihrem Besitze war es von Hand zu Hand als Erbstück in das Haus des Agenor gekommen. Mit diesem Brautschmuck angetan, eilte die holdselige Europa an der Spitze ihrer Gespielenden den Meerwiesen zu, die voll der buntesten Blumen standen. Jubelnd zerstreute sich die Schar der Mädchen. Da und dorthin. Jede suchte sich eine Blume auf, die nach ihrem Sinne war. Die eine pflückte die glänzende Narzisse. Die andere wandte sich der balsam ausströmenden Hyazinthe zu. Eine dritte erwählte sich das sanfter duftende Feilchen. Andern gefiel der gewürzige Quendel wieder andere brachen den gelben lockenden Krokus. So flogen die Gespielinnen hin und her. Europa aber hatte bald ihr Ziel gefunden. Sie stand wie unter den Grazien die schaumgeborene Liebesgöttin alle ihre Genossinnen überragend und hielt hoch in der Hand einen vollen Strauß von glühenden Rosen. Als sie genug Blumen gesammelt lagerten sich die Jungfrauen ihre Fürstin in der Mitte harmlos auf dem Rasen und fingen an Kränze zu flechten die sie den Nymphen der Wiese zum Dank an grünenden Bäumen aufhängen wollten. Aber nicht lange sollten sie ihren Sinn an den Blumen ergötzen denn in das sorglose Jugendleben Europas griff unversehens das Schicksal ein das ihr der Traum der verschwundenen Nacht Geweiß sagt hatte. Zeus der Chronide war von den Geschossen der Liebesgöttin die allein auch den unbezwungenen Göttervater zu besiegen vermochten getroffen und von der Schönheit der jungen Europa ergriffen worden. Weil er aber den Zorn der eifersüchtigen Heerer fürchtete auch nicht hoffen durfte den unschuldigen Sinn der Jungfrau zu betören so sann der verschlagene Gott auf eine neue List. Er verwandelte seine Gestalt und wurde ein Stier. Aber welch ein Stier! Nicht wie er auf gemeiner Wiese geht oder unters hofft? Jochgebeugt den schwer beladenen Wagen zieht. Nein, groß, herrlich von Gestalt, mit schwellenden Muskeln am Halse und vollen Wampen am Bug. Seine Hörner waren zierlich und klein, wie von Händen gedrechselt und durchsichtiger als reine Juwelen. Goldgelb war die Farbe seines Leibes. Nur mitten auf der Stirne schimmerte ein silberweißes Mal, dem gekrümmten Horne des wachsenden Mondes ähnlich. Bläulichte, von Verlangen funkelnde Augen rollten ihm im Kopf. Ehe Zeus diese Verwandlung mit sich vornahm, rief er zu sich auf den Olymp den Hermes und sprach, ohne ihm etwas von seinen Absichten zu enthüllen, spute dich, lieber Sohn, getreuer Vollbringer meiner Befehle. Siehst du dort unten das Land, das links zu uns empor blickt? Es ist Phönizien. Dieses betritt und treibe mir das Vieh des Königs Agenor, das du auf den Bergtriften Weiden finden wirst, gegen das Meeresufer hinab. In wenigen Augenblicken war der geflügelte Gott, dem Winke seines Vaters Gehorsam, auf der sidonischen Bergweide angekommen und trieb die Herde des Königs, unter die sich, ohne dass Hermes es geahnt hätte, der verwandelte Zeus als Stier gemischt hatte, vom Berge herab nach dem angewiesenen Strande, eben auf jene Wiesen, wo die Tochter Agenors, von lyrischen Jungfrauen umringt, sorglos mit Blumen tändelte. Die übrige Herde nun zerstreute sich über die Wiesen ferne von den Mädchen. Nur der schöne Stier, in welchem der Gott verborgen war, näherte sich dem Rasenhügel, auf welchem Europa mit ihren Gespielinnen saß. Schmuck wandelte er im üppigen Grase einher. Über seiner Stirne schwebte kein Drohen, sein funkelndes Auge flößte keine Furcht ein, sein ganzes Aussehen war voll Sanftmut. Europa und ihre Jungfrauen bewunderten die edle Gestalt des Tieres und seine friedlichen Gebärden. Ja, sie bekamen Lust, ihn recht in der Nähe zu besehen und ihm den schimmernden Rücken zu streicheln. Der Stier schien dies zu merken, denn er kam immer näher und stellte sich endlich dicht vor Europa hin. Diese sprang auf und wich anfangs einige Schritte zurück, aber als das Tier sogar zahm stehen blieb, faßte sie sich ein Herz, näherte sich wieder und hielt ihm ihren Blumenstrauß vor das schäumende Maul, aus dem sie ein ambrosischer Atem anwehte. Der Stier leckte schmeichelnd die dargebotenen Blumen und die zarte Jungfrauenhand, die ihm den Schaum abwischte und ihn liebreich zu streicheln begann. Immer reizender kam der herrliche Stier der Jungfrau vor, ja sie wagte es und drückte einen Kuss auf seine glänzende Stirne. Da ließ das Tier ein freudiges Brüllen hören, nicht wie andere gemeine Stiere brüllen, sondern es tönte wie der Klang einer lydischen Flöte, die ein Bergteil durch hallt. Dann kauerte es sich zu den Füßen der schönen Fürstin nieder, blickte sie sehnsüchtig an, wandte ihr den Nacken zu und zeigte ihr den breiten Rücken. Da sprach Europa zu ihren Freundinnen, den Jungfrauen, kommt doch auch näher, liebe Gespielinnen, dass wir uns auf den Rücken dieses schönen Stiere setzen und unsere Lust haben. Ich glaube, er könnte unsere Raffiere aufnehmen und beherbergen. Er ist so zahm und sanftmütig anzuschauen, so holdselig. Er gleicht gar nicht anderen Stieren. Wahrhaftig, er hat Verstand wie ein Mensch und es fehlt ihm gar nichts als die Rede. Mit diesen Worten nahm sie ihren Gespielinnen die Kränze, einen nach dem anderen, aus den Händen und behängte damit die gesenkten Hörner des Stieres. Dann schwang sie sich lächelnd auf seinen Rücken, während ihre Freundinnen zaudernd und unschlüssig zusahen. Der Stier aber, als er die geraubt, die er gewollt hatte, sprang vom Boden auf. Anfangs ging er ganz sachte mit der Jungfrau davon, doch so, dass ihre Genossinnen nicht gleichen Schritt mit seinem Gange halten konnten. Als er die Wiesen im Rücken und den Kahlen Strand vor sich hatte, verdoppelte er seinen Lauf und licht nun nicht mehr einem trabenden Stiere, sondern einem fliegenden Ross. Und ehe sich Europa besinnen konnte, war er mit einem Satz ins Meer gesprungen und schwamm mit seiner Beute dahin. Die Jungfrau hielt mit der rechten eins seiner Hörner umklammert, mit der linken stützte sie sich auf den Rücken. In ihre Gewänder blies der Wind wie ein Segel. Ängstlich blickte sie nach dem verlassenen Lande zurück und rief umsonst den Gespielenen. Das Wasser umwallte den segelnden Stier und seine hüpfenden Wellen scheuend zog sie furchtsam die Fersen hinauf. Aber das Tier schwamm dahin wie ein Schiff. Bald war das Ufer verschwunden, die Sonne untergegangen und im Helldunkel der Nacht sah die unglückliche Jungfrau nichts um sich her als Wogen und Gestirne. So ging es fort, auch als der Morgen kam. Den ganzen Tag schwamm sie auf dem Tiere durch die unendliche Flut dahin, doch wußte dieses so geschickt die Wellen zu durchschneiden, dass kein Tropfen seine geliebte Beutel benetzte. Endlich gegen Abend erreichten sie ein fernes Ufer. Der Stier schwang sich ans Land, ließ die Jungfrau und einem gewölbten Baume sanft vom Rücken gleiten und verschwand vor ihren Blicken. An seine Stelle trat ein herrlicher göttergleicher Mann, der ihr erklärte, dass er der Beherrscher der Beherrscher der Insel Kreta sei und sie schützen werde, wenn er durch ihren Besitz beglückt würde. Europa in ihrer trostlosen Verlassenheit reichte ihm ihre Hand als Zeichen der Einwilligung und Zeus hatte das Ziel seiner Wünsche erreicht. Aus langer Betäubung erwachte Europa, als schon die Morgensonne am Himmel stand. Sie fand sich einsam, sah mit verirrten Blicken um sich her, als wollte sie die Heimat suchen. Vater, Vater, rief sie mit durchdringendem Wehelaut, besann sich eine Weile und rief wieder, ich verworfene Tochter, wie darf ich den Vaternamen nur aussprechen? Welcher Wahnsinn hat mich die Kindesliebe vergessen lassen? Dann sah sie wieder, wie sich besinnend umher und fragte sich selbst, woher, wohin bin ich gekommen? Zu leicht ist ein Tod für die Schuld der Jungfrau, aber wache ich denn auch und beweine einen wirklichen Schimpf? Nein, ich bin gewiss unschuldig an allem und es neckt meinen Geist nur ein nichtiges Traumbild, das der Morgenschlaf wieder entführen wird. Wie wäre es auch möglich, dass ich mich hätte entschließen können, lieber auf dem Rücken eines Untieres durch unendliche Fluten zu schwimmen, als in holder Sicherheit frische Blumen zu pflücken? So sprach sie und fuhr mit der flachen Hand über die Augenlider, als wollte sie den verhassten Traum verwischen. Als sie aber um sich blickte, blieben die fremden Gegenstände unverrückt vor ihren Augen, unbekannte Bäume und Felsen umgaben sie, und eine unheimliche Meeresflut schäumte, an starren Klippen sich brechend, empor am nie geschauten Gestade. Ach, wer mir jetzt den Stier auslieferte, rief sie verzweifelnd, wie wollte ich ihn zerfleischen, nicht ruhen wollte ich, bis sich die Hörner des Ungeheuers zerbrochen, das mir jüngst noch so liebenswürdig erschien. Eitler Wunsch, nachdem ich schamlos die Heimat verlassen, was bleibt mir übrig als zu sterben? Wenn mich nicht alle Götter verlassen haben, so sendet mir, ihr himmlischen, einen Löwen, einen Tiger. Vielleicht reizt sie die Fülle meiner Schönheit und ich Wangen zehrt. Aber kein wildes Tier erschien. Lächelnd und friedlich lag die fremde Gegend vor ihr und vom umwölkten Himmel leuchtete die Sonne. Wie von Furien bestürmt sprang die verlassene Jungfrau auf. Elende Europa, rief sie, hörst du nicht die Stimme deines abwesenden Vaters, der dich verflucht, wenn du deinem schimpflichen Leben nicht machst. Zeigt er dir nicht jene Esche, an welche du dich mit deinem Gürtel aufhängen kannst? Deutet er nicht hin auf jenes spitze Felsgestein, von welchem herab dich ein Sprung in den Sturm der Meeresflut begraben wird? Oder willst du lieber einem Barbaren Fürsten als Nebenweib dienen und als Sklavin von Tag zu Tag die zugeteilte Wolle abspannen, du das unglückliche verlassene Mädchen mit Todesgedanken und fühlte doch nicht den Mut in sich zu sterben. Da vernahm sie plötzlich ein heimliches spottendes Flüstern hinter sich, glaubte sich belauscht und blickte erschrocken rückwärts. In überirdischem Glanze sah sie da die Göttin Aphrodite vor sich stehen, ihren kleinen Sohn, den Liebesgott mit gesenktem Bogen zur Seite. Noch schwebte ein Lächeln auf den Lippen der Göttin, dann sprach sie, lass deinen Zorn und Hader, schönes Mädchen, der verhasste Stier wird kommen und dir die Hörner zum Zerreißen darreichen. Ich bin es, die dir im väterlichen Hause jenen Traum gesendet. Tröste dich, Europa, Zeus ist es, der dich geraubt hat. Du bist die erdische Gattin des unbesiegten Teil, der dich aufgenommen hat, heißt hinfort Europa.